eine massen verfluchung nutzen und dann würde ich gucken dass ich das hier mache so dass der eine den anderen haut hallo ihr witzigen woke light oder woke like fans da draußen herzlich willkommen auf diesem kanal falls ihr dauer zuschauer seid ihr immer mal wieder zuschauen hier auf dem kanal ich habe den kanal in letzter zeit also heute geändert ein wenig ich habe viele meiner alten videos auf nicht gelistet geschaltet so dass ihr wenn ihr sie gucken wollt über die playlist die ich nicht auf nicht gelistet schalten werde schauen könnt nur weil ich der meinung bin dass viele meiner alten videos meinen youtube kanal eher schaden oder geschadet haben also wie gesagt falls ihr gucken wollt gern unter playlist könnt ihr sie nachgucken aber so jetzt erstmal nicht und ich habe ein kommentar bekommen ich soll mir aufs movement speed gehen und das hier ist eine gratis kachel die ist geil und was ich auch noch mehr machen wollte ist ich wollte mal mehr die charaktere lesen und zwar zwillings stachis er wird seinen feinden gnadenlos jagen selbst wenn er dafür seine verbündeten opfern muss okay und hier mit den sturm klinge in ihrer speziell gefertigten stachel rüstung stürmen sie auf ihren gegner zu nutzen dabei ihren körper als tödliche waffe ja mal sage ich das jetzt nie gemacht oder nie bedacht dass es die charaktere eine info haben ja ja nein perfekt eigentlich das heißt warte das ist das kann ich doch so machen oder okay damit mache ich kein schaden auch der auch dabei extra ja okay macht sinn dann wirklich erstmal den daraus nehmen den da jetzt erstmal rausnehmen soll ich durch ihn durch ich glaube ich mache das hier damit ich den hinter mir rausnehmen kann und mir mit dem bogen schon mal vorangreifen kann jetzt durch ihn durchdäuschen kann und jetzt angreifen kann okay machen wir mal so weil dann kann ich ihn rausnehmen und er hat den hinteren angegriffen was echt gut funktioniert hat ja ich mag diese gegner halt so null wenn ich jetzt rein tue wird er angreifen können er wollen und dann kann ich ihn dennoch angreifen gut ja dich zähl mal mit dem bogen an gratis kachel glaube ich erhele ich mir sogar noch auf macht jetzt keinen sinn die gratis kachel zu verschwenden da würde ich jetzt näher an den randen rutschen aber würde er mich angreifen ich glaube ich gehe nur an er ran ich würde gerne dazwischen reinkommen aber ich glaube das werde ich nicht hinkriegen ne nehmt mal lieber raus und dann machen wir mal das hier und dann werde ich einfach eins zurück Köpfen. Ja, den habe ich jetzt, glaube ich, besiegt. Okay. Soweit, so gut. Glücksspiel des Kriegers. Generiere aus dieser Kachel ein zufälliger neue Kachel. Alle Verbesserungen werden ebenfalls zufällig generiert. Würde ich machen, wenn ich mehr Kacheln hätte. Fluch. Fluch verursacht Ziel. Erleihen beim nächsten Treffer doppelten Schaden. Geil, aber abklingt zwei Zeit obwohl. Ich glaube sogar, das würde ich riskieren. Ich muss halt nur abklingt, Zeit wieder runterkriegen bei dem. Weil ich glaube, bei Bossen und so ist das richtig geil. Ich muss ich rausnehmen. Tut mir leid. Okay. Ja, Fluch ist geil. Verdammt, das war jetzt ein Fehler. Ich kriege leider minimal Schaden, außer ich kann ne. Ja, okay. Das ging leider gerade. Da habe ich mich gerade richtig dumm angestellt, leider. Das muss ich auf mich nehmen. Diese drei Schaden habe ich nicht, habe ich wirklich verdient. Gift. Äh. Ja, ich würde es nehmen. Aber auch nur, weil ich noch Geld habe und ich jetzt in den, äh, hoffentlich in den verbesserten Abklingzeitladen kommen kann. Genau, dahin wollte ich jetzt. Weil, das hier ist mir zu teuer sonst. Aber ich klebe auf den Bogen. Lieber auf den Bogen. Okay. Was würde ich hier theoretisch kriegen? Du hältst einen zusätzlichen Platz für Inventarslots. Äh. Einen Schaden, wenn du einen Gegner auf einem benachbarten Feld angreifst. Wenn diese Kachel dich zu bewegen zwingt, wird der Bonus nicht hinzugefügt. Okay. Erneuert den Laden aus. Weil ja, dafür muss ich ein Leben opfern. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe noch ein paar Sachen. Komm, passt. Ich bin zufrieden mit weniger Abklingzeit auf meinem Pfeil wieder. Aber ich darf jetzt nicht mehr auf Abklingzeit gehen, weil sonst könnte das Böse enden. Äh. Gehen wir mal hier. Ja. Das war die beste Idee, die ich machen kann. Nein, das war wieder keine gute Idee. Ah. Dich muss ich rausnehmen. Es ist eine Gratenskachel, ne? Ja. Oh, ich konnte fliehen. Das war sick. Das war wirklich gut, dass ich fliehen konnte davon. Ja, ne. Ich glaube, der Typ gibt es eh von selbst. Dann kann ich das nehmen und einfach selbst raushauen. Dich kann ich mit dem Pfeil rausnehmen. Und bei ihm kann ich einfach warten, nicht durchdashen, richtig hinpassieren und ihn verfluchen und ihn vergiften auch noch. Ich glaube, das... Also, Fluch ist geil. Okay, jetzt irgendwas, was wenig kostet. Du schnellst zurück und greifst das erste Ziel hinter dir an. Ja. Ich brauche irgendwas, was mich bewegen lässt diesmal. Ich mache mal eine Bewegungsfolge, sozusagen. Äh. Vergifte ich dich erstmal und jetzt bist du schon mal raus. Dann würde ich den da vorne angreifen, verfluchen, zurückgehen, nach vorne gehen, Pfeil einpacken, rückstochen, den töten und ihn auch töten. Ja, doch, das war eine gute Kombo. Äh. Okay. Habe ich noch irgendwie... Kann ich den irgendwie den Pfeil aufladen oder irgendwas? Obwohl, wenn... Hm. Hm. Ja, nee. Kacke. Da musste ich wieder einen Schaden nehmen. Leider. Also müssen nicht. Aber ich habe eins genommen. Okay, das war... Okay. Das war wieder ein mieser Move von mir. Was tue ich bitte gerade? Okay. Ja, besser. Verfluchen, umdrehen und... Okay. Heiko, runter, Konzentration. Was du gerade machst, ist echt nicht clever. Das kann ich dir auf... Okay, den hätte ich rausnehmen können. Ihn hätte ich halt aber echt rausnehmen können. Ich habe noch zwei Heiltrinke, die werde ich jetzt auch benutzen. Ich würde den Pfeil verbessern. Auf maxi... Obwohl, ich glaube, maximale Stufe ist mir gerade egal sogar. Schaden und Abklingzeit hoch. Ja, komm, mach. Das... Ein Abklingzeit zu entscheiden geht voll klar. Würde ich behaupten. Ich denke, das ist eine gute Idee, weil so kann ich abhauen. Den kann ich schon mal reintun und jetzt... Eigentlich bloß Zeit schinden. Dann würde ich den hier reinpacken. Äh, den hier? Obwohl... Das war kacke, ne? Das war kacke. Naja, aber ich habe ihn verflucht. Komm, den werde ich locker töten. Aber der eine Move war nicht so gut. Aber ich habe eine Menge Schaden gemacht, immerhin mit dem Fluch. Mag... Ne, Abklingzeit bitte diesmal Minus. Ich habe... Ne, obwohl ich habe gerade den Boss bekämpft. Ich will nicht zu viel rerun, aber eigentlich... Weil ich will hier höhere Maximalstufe... Na, komm, nehm mal hier rein, dann hole ich mir halt was zur Abwehr. Leider wurde ich unterbrochen. Äh, Schild überdauer mehrere Kämpfe würde ich sogar mitnehmen. Ich würde mich heilen, das mitnehmen und damit wäre ich eigentlich zufrieden. Ist dafür muss ich nur gucken, dass ich irgendwie Schild kriege. Und mich mehr konzentrieren. Eindeutig. Okay, ich würde den hinter mir rausnehmen mit einem Bogen. Weil ich glaube, das ist cleverer, als dass ich jetzt da... Was sollte das jetzt eigentlich von mir halten? Was sollte das jetzt? Das würde ich echt gerne wissen. Was habe ich mir bitte dabei jetzt eigentlich gerade gedacht? Jetzt im Ernst, was habe ich mir dabei eigentlich gerade gedacht? Jetzt frage ich mich halt gerade wirklich. Okay, ich würde den gerne loswerden wollen, ohne dass ich den hier töte. Also dass ich den hier mit töten kann. Das heißt, ich würde mich umdrehen, das so machen und so. Äh, ja, das hat nicht mal annähernd funktioniert, was ich machen wollte. Was habe ich mir überhaupt gerade gedacht? Bitte stirb. Also wenn ich jetzt sterbe, würde mich das nicht wundern. Ich wollte, glaube ich, das hier irgendwie so kombinieren. Ich mache nur zwei Schaden mit dem. Ja, das dürfte der nie überleben. Okay. Okay, dieses Mal will ich den da vorne, möchte ich töten und dann will ich ihn abschießen, den hinteren, damit ich keinen Schaden nehme, diesmal. Äh, der hinter mir, den kann ich schon mal Schaden funken, dann kann ich nach vorne huschen. Ich kann noch eine Runde dazwischen funken. Ja, dann kann ich den da vor mir töten und den hinter mir kann ich mit einem Dash töten. Ja, ich würde halt gerne gucken, dass ich wieder den, den Bogen schützen zuerst los werde. Das heißt, ich würde das so machen, ich muss gerade überlegen. Ich bin, ich werde mir wirklich mal versuchen, Zeit zu nehmen, dieses Mal. Okay, den vorderen muss ich nicht töten. Warte, den muss ich gar nicht töten. Ich kann die Gratiskachel doch rausnehmen. Ja, die Gratiskachel habe ich halt geopfert, aber ich glaube, ich habe die ganze Zeit diese Spechelfähigkeit völlig vergessen. Wieso habe ich die nie benutzt? Abklingzeit Minus, perfekt, verbessern den Fall bitte. Abklingzeit ist gerade mein Kryptonit, aber das mit dem Fluch ist wirklich cool. Also den Fluch feiere ich gerade richtig. Okay, dann würde ich es mich sogar so machen, so machen und hä, äh, okay, das war nicht so geplant, aber okay. okay, dann lasse ich ihn halt einmal drehen und das war mein Fehler. Das war mein erster Run für heute. Ich werde euch den nächsten Run wieder zusammenschneiden. So was wichtigste, die wichtigsten Elemente im Endeffahrt. Ich würde die Falle mitnehmen, würde ich besagen, weil die Falle klingt gut. Nein, das wollte ich gar nicht. genau deswegen wollte ich die Falle mitnehmen, aber das war gerade kein guter Move von mir. War es bis jetzt. Schaden plus, ähm, ich würde sogar sagen, das nehme ich einmal mit, auf jeden Fall. Weil gegen den Boss habe ich jetzt, das würde ich gerne nutzen. Ah man, wieso, wieso passiert mir das immer, dass ich so richtig dumme Züge mache? Ah, direkt in der Falle gespawnt. Habe ich auch nichts dagegen. Ich glaube sogar, ich warte eine Runde, mach das hier, platziere eine Falle, schießt, ja okay, ging voll klar. Okay. Du heißt ein EP, wenn dir dein Dreifach-Kombo gelingt, drei getötete Gegner in einer Runde. Wenn dir eine Kombo-Kill gelingt, wird ein zuviel Gegner verflucht. Das war geil. Kann mir aber beides nicht mehr unbedingt leisten. Also ich könnte hier noch die zwei Münzen verkaufen, aber ich könnte auch noch hier acht Kurten Kopfschädel opfern, mal für. Du hältst fünf Münzen. Ich glaube, das mache ich sogar. Also erstmal werde ich hier die Abbringzeit glaube ich von, warte, wenn ich das vergesse, das ist eine kostenlose Kachel. Es wird eine kostenlose Kachel. Oh, wie geil. Ah, ich habe nicht genug, obwohl. Ach, komm, eine Münze, kannst du keinen Rabatt geben? Du greifst nicht an, ich greif dich an, dann dash ich durch dich durch und ist das nicht ein bisschen cheesy, dass ich jetzt eine unendlich Kachel habe? Also ja, die ist nicht gratis zum Benutzen, aber ich glaube, nehme ich mit, nehme ich mit, ein Hinterhaken ist, glaube ich, geil für später. Ich glaube, ich hätte die Falle per Abbringzeit verringern sollen. Hey, du kommst jetzt her, kriegst drei Schaden und kriegst das hier. Dann nehme ich die Falle, dash durch dich durch und platziere die Falle mal hier. Dann würde ich das hier wieder so machen. Der lädt seinen Angriff noch auf, dann komm her, Angriff. Dann warte ich eine Runde, er dash durch, er greift seinen Boss selber an und ich kriege zwar Schaden, aber nicht so viel. Ich würde sagen, ich dash durch ihn dann durch, wenn ich jetzt angegriffen habe, weil egal, was ich jetzt mache, ich habe ihn besiegt, auch wenn ich jetzt Schaden nehme. Ne, es war nicht so gut. Ich habe viel zu viel Schaden wieder genommen. Ich habe wieder den Gegner nicht zu sehr beobachtet. Ja, nehme Abklingzeit weniger mit für die Waffe. Ich glaube, ich gehe in den Verbesserung hier mal rein. Ich habe halt nicht genug Geld, das weiß ich. Plus ein Schaden bei Angriffen aus vier oder mehr Entfällen. Ja, okay. Ich heim mich jetzt erst mal. Ich erhalte fünf Münzen. Das heißt, ich könnte mir wirklich das hier leisten, aber doch, die Frage ist, gilt das hier dann? Ich glaube, ja, dann nehme ich das einfach mal mit, einfach damit ich mal ein Relikt habe, weil ich habe sonst nie ein Relikt. Und ich hätte den Fluch, ist es Gift oder Verfluchen? Ah, Massenvergiftung, okay. Ich habe mich halt wieder gedreht. Warum drehe ich mich überhaupt? Ich das hat gut funktioniert. Ich muss diese Kachel hier so viel besser nutzen. Nee, du greifst den jetzt nicht an. Ich will diesmal keinen Schaden nehmen in dieser Runde hier. Und dann nehme ich Schaden direkt danach. Komm her und stirb. Ja, sowas glaube ich nicht dumm. Ich habe es überlebt, aber nicht gut. Ich will eigentlich nur noch die beiden hier nutzen, wenn ich ehrlich bin. Okay, zweite Runde. Ich weiß nicht, wie weit ich die rein nehmen werde, aber ich denke nichts, weil irgendwie nichts krasses Neues passiert ist, aber ihr werdet es ja sehen. Das ist ja mal interessant, das nehme ich mal mit, einfach nur um auszuprobieren. Ich kenne eindeutig noch nicht alle Fähigkeiten in diesem spiel. Spiele. Spiele. Okay, den Boss habe ich jetzt glaube ich gar nicht mal so schlecht gemacht, bin ich mir aber echt nur sicher. Perfekter Flack ist mir so egal. Abklingzeit plus Gift nehme ich mal mit, auch wenn es echt teuer ist. Rauchbombe, du tauschst die Position mit dem ersten Ziel vor dir. Hier mein Shuriken, du greifst das erste Ziel vor dir an. Die Rauchbombe ist glaube ich richtig gut jetzt. Das wäre richtig richtig geil. Ja, doch, mach mal so. Dann kriegt du nämlich schon mal gut Schaden. Dann vergifte ich dich schon mal. Kacke, ich Idiot. Gute Idee. Iwo, Iwo, Iwao, der Pfähler. Als Krieger voller mystischer Inbrust bewacht Iwao die heiligen Wasserfälle. Mit grobem Eifer die fairen Narbung hat ihm für immer gezeichnet. Ja, komm, ich vergifte ihn und ich kann nur die zwei Schaden nicht weg nehmen. Nein! Was mache ich jetzt eigentlich gerade? Jetzt bin ich gerade so richtig dumm. Ja, pack das hier rein, das hier und jetzt köte ihn. Also, keine Ahnung, was manchmal mit mir los ist, mitten in dem Spiel. Ich glaube, ich fokussiere mich zu sehr aufs Aufnehmen, besser gesagt, auf die Aufnahme. Egal. Glücksspieler des Kriegers generiere aus, ja komm, das mache ich sogar. Die beiden würde ich gern behalten, dass auch, ich glaube sogar, dass ich den hier gern wegtun würde, weil irgendwie bin ich raus mit dem immer. Angriff, verbessere Angriff von dem hier. Würde am meisten Sinn machen. Okay, bloß ein Schaden, wenn du einen Gegner von hinten angreifst. Okay. Ein Angriff aus mehr oder vier Fällen Entfernung folgt. Das wäre auch sinnvoll für mich. Das hier sinnvoll oder das hier sogar. Ich würde beides gern nehmen. Schaden von hinten oder Schaden, wenn ich aus vier oder mehr Fällen Entfernung angreife. Nehme ich mit, komm, mein stärkster Angriff ist zwar eher hier, aber nehme ich mit. Ich arbeite für viele Sachen, die jetzt aus Entfernung angreifen, deswegen. Ich würde sagen, hier beide würde ich erstmal ne, eine Massenverfluchung nutzen. Und dann würde ich gucken, dass ich das hier mache. Sodass der eine den anderen haut und dann vergifte ich ihn noch. Hau hier alles rein und das war nicht so geil. jetzt. Ja, okay, da muss ich jetzt zwei Schaden fressen. Ich hätte erst verfluchen sollen, ne? Ja. Ja, machen wir mal so. Ich bin, hab zwar jetzt gut Schaden genommen, aber ich glaube, ich hab gewonnen. Oh, ich kann nichts. Okay, nochmal. Okay. Äh, Waffenauswahl nach dem Boss. Okay. Du greifst das Zelt direkt vor dir an. Der Schaden steigt sich um je, eins für jede Runde, in der diese Kachel in der Angriffsleiste bleibt. Ah, ich check diese Karte jetzt erst. Die würde ich sogar mal mitnehmen, einfach für Interesse. Doch, die nehme ich mal mit für Interesse. Wenn das funktioniert, wäre es krass. Okay, die Musik höre ich auch gerade das erste Mal. Kachel opfern. Ja, ich würde den Pfeil hier opfern. 40 Münzen nehmen, mache ich das sofort. Wenn ein Kombi gelingt, wird ein zu viel Gegner eingefroren. Ein Schaden, wenn du ein Gegner von... Ne, ich nehme das hier mit. Und ich würde das freischalten hier. Nähme ich sofort mit die Heilung. Okay, immerhin komme ich diese Runde gerade weiter, wo ich halt viel schneiden darf, aber ein wahrhaft furchterregender Gegner. Warum er dem Schuhn dient, bleibt sein Geheimnis. Ja, okay. Ich mache jetzt damit echt neun Schaden, das heißt, ich kann das hier machen. Warte, hätte ich damit 18 Schaden jetzt machen können, theoretisch. Okay, Ninja. Shinobi. Er schlägt lautlos und blitzschnell zu und lässt seinen Gegner keine Zeit zu reagieren. Kann sofort angreifen, wenn eine Kachel der Angriffsleiste hinzugefügt wird. Egal, was ich jetzt hinzufüge, ich kriege mindestens einen Schaden. Hatte, habe ich überhaupt den Bogenschützen schon gelesen? Ich glaube nicht. Ashigaru. Keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist. Nimm dich vor den Bogenschützen in Acht. Der Geduldige hinter den feindlichen Linien auf die richtige Gelegenheit warten. Merke ich. Dann werde ich wohl den mindestens rausnehmen und dann den da rausnehmen. Andere Option hatte ich jetzt wirklich nicht. Muss sein. Anders hätte er mich auf jen... Anders hätte er mich auf jeden Fall gekillt. Mann, am Ende wird das Game echt hart. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Verdammt, ich hätte gerne einen normalen Run mal. Einen richtig, richtig guten Run. Aber leider wurde ich zu oft unterbrochen in der Folge. Tut mir leid. Die Folge muss heute noch online kommen oder sollte heute noch online kommen. Also Leute, haut's dir rein, bis es wieder heißt. Joja, wir ziehen Shugun-Mitglieder da draußen. an sta an 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 Bis zum nächsten Mal.